Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich suche gerade mal eine große Operation. Habe zwei Runden schon gefunden, aber die war entweder an Tag 3 oder 2 oder der Rechner ist abgestürzt. Also, auf das Spiel besser gesagt. Oh, wir haben eine gefunden. Also, ich lande immer auf dem Desktop, sobald ich eine Map lade. Und das ist ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Mal gucken, ob das jetzt klappen wird. Deutschland leitet Fallgelb ein. Mal gucken, welchen Tag. Ich habe noch nie Tag 1 da stehen gehabt. Das geht mir richtig auf den Keks. Ich würde gerne mal den ganzen Tag, also alle 3 aufnehmen. Und, ja, das kriege ich irgendwie nicht hin. Die Gewalt, vorausgegeben, deutsche Elite-Fallschirmjäger. Oh, das könnte Tag 1 sein, oder? Die alle Ritten bereiten sich auf einen unberechenbaren Angreifer vor. Ah, solcher Tag wird sein. Ich bin schon jetzt neugierig. Die deutsche Armee greift entlang der niederländischen Grenze an und verletzt damit Hollands Neutralität. Vermutlich bereiten Ihre Fallschirmjäger einen groß angelegten Angriff auf unsere schwere Artillerie-Ford. Tag 1. Ist das geil. Das sind unsere Kanonen. Ohne sie haben wir nichts, um Jerry an einer sicheren Landung zu hindern. Okidoki. Das sind ja mal mehrere Spielmodis. Boah, so ein Nebel ist auf einem Schlaf verschwunden. Das bin ich denn überhaupt. Sunny. Das ist nicht abgeschüttet. Ich habe mein ganzes Computer einmal neu gestartet. Jetzt, ähm, logischerweise ist dann alles angegangen. Neu. Und, ähm, jetzt wird es wahrscheinlich funktionieren. Also ich muss, wenn nicht Battlefield, auch vielleicht meinen ganzen Computer neu starten. Boah, wie lange müssen wir denn warten? Boah, ich liebe diese Musik. Battlefield. Also was ich an Battlefield mag, ist halt die Atmosphäre, die Musik. Ne, also es spielt sich auch super. Die Waffen sind krass. Ne. Nur leider bestehen die Server leider aus größten Teilen von Hackern. Ne. Das scheint wohl völlig normal zu sein. Und es wird einfach so akzeptiert von allen Spielern, glaube ich. Ne. Es wird zwar viel gemeckert deswegen, aber das ist eine Sache, an der wir uns gewöhnen müssen. Leider. Ich will das Spiel gerne spielen. Ich kann, was ist denn mit meiner Steuerung jetzt auf einmal? Das kann ich nicht links und rechts. Wieder was Neues. Ah, jetzt geht's. Okay. Wahrscheinlich ist einer in mir gespawnt, ne. So, wir müssen ja nur beschützen, ne. Okay. 32 gegen 32 Spieler. Boah. Die Kanone hat schon geschossen. Achso, die dürfen ja doch ballern, ne. Macht ja hier und da mal einen Punkt. Oh, ich dachte, ich schütze schon wieder ab. Hier fährt wieder hoch gleich. Dann dürfen wir sie ja ballern. Stimmt. Keine Munition hier. Boah, wird schon geballert, oh der Ende. Hölle. Schöner Wagen. Da ist ja dieses RTX da, diese Grafik. Da ist wirklich ballern. Boah. Oh, Alter, das ist aber auch eine Artillerie. Nix getroffen. Schnaps gesoffen. Okay. Kann man irgendwas bauen hier? Nix getroffen. Würdest du gerne noch mehr beschützen? Wie lange die braucht, bis sie wieder lehnen, ne. Irre. Was ballert ihr denn alle hier? Ist doch nix. Schieße, ich bin so ein bisschen Artillerie am rumballern. Die werden schon kommen. Die wollen ja das hier kaputt machen. Oh, 24 Meter. Ich komme. Er wartet sogar. Halbwegs. Ich denke mal, wir sind hier safe. Erstes Kumpelchen. So, ich muss noch ein paar Kills aus der Hüfte machen. Einfach so, ohne zielen. 30 Stück oder so. Oh, das geht doch voll kackig. Da ist doch gerade einer reingegangen. Tod. Naja, ich beschütze das geschützt. Ich hab das jetzt für mich... Ey, ich wollte schießen. Das ist ja irgendwie gar nichts mit. Mit in der Stadt. Okay, die werden von da kommen. Irgendwo Munition. Ich könnte mal ein paar Ladungen gebrauchen. Ja, ne. Das ist Medizin. Werden sie es schaffen. Ach so, da hinten ist ja noch ein Schütz. Okay. So ruhig. Der fast sogar entspannt gerade. Na ja, ich will jetzt nicht bei den eingeschützt bleiben. Scheinbar liegt das nicht viel. Das hier. Kann ballern, ne. Einfach ballern. Dafür sind sie ja da, die Teile, ne. Da kommen die Falschirme. Ich hab mir ein bisschen Muni. Hier ist gut. Alles voller Min, ey. Die Dummies. Wer baut hier auf? Der war ja gut, ne. Okay, aber wir müssen ja fast keine Sorgen machen. Feuer frei. Ich hab noch nicht einen Gegner gesehen. Doch, hab ich schon. Kurz. Aber er war ja nicht wirklich spektakulär. Also, den da hinten tun sie ständig versuchst zu sprengen. Und da kommen sie gar nicht erst hin. Was brauchst du so schönes? Also, wir müssen ja auch noch fünf Diener bauen, ne. Das ist ja die tägliche Aufgabe. Er hat hier alle schon zugebastelt, ey. Irre. Ich hab hier aber noch ganz viel. Alles zugebaut hier. Irre. Scheinen wir alle die tägliche Aufgabe zu haben. Oh, wir sind bei CERN gekommen. Sie haben einen Sprengsatz am Ziel Cäsar platziert. Ich hab auch wieder so. Sprengsatz am Ziel Cäsar entschärft. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Nur mal ein Foto mit rum. Halunke. Joll. Frosch. Oh, da oben. Halunke. In der Sandsäcke drin. Fuck, da gab's ja noch ein bisschen da oben, ey. Was hat der denn da geschossen? Aua. Aua. Help. Sunny. Ne. Oh ja. Und der andere hat mir gedacht. Nein. Nein. Du bist schuld. Tödliche Wunde. Verdammt. Drei verschiedene Spielmodi's. Das find ich cool. Das ist auch so klein da drin. Schande. Oh Mann, Schattenbau. Meine Spiegelung in der Scheibe. Oh Mann, Schattenbau. Oh Mann, das hat sich guter gesehen. Okay. Oh, der heilt es. Da ist ja eben ein LKW dran. Oh, der heilt es. Boah, ist ja auch nicht geschafft. Das ist ja auch ein ordentlicher Sprengschaden, ne? Aber die Flieger sind ein bisschen sehr hoch. Oh, ich glaube, die Runde gewinnen wir mit links. Die waren doch da. Oh, das ist jetzt so unpräzise, das Ding, ne? Ist ja irre. Boah. Der im Flakfeuer stand, der. Gibt der Befehle? Der gibt Befehle. Aber das wird eine schnelle Runde, glaube ich. Für uns siegreich. Der Feind kann unsere Verteidigung nicht durchbrechen. Weiter zu. Hilfe, du treffst zu. Ich weiß, ihr Plonker. Auflöchst du. Ist er wieder belebt? Tick das. Oh. In den Händen. Zu weit weg. Direkt beim Schuss. Schoss. Schotz. Schütz. Oh, hier sind zu viele. Das wird nicht gut gehen. Das ist meine tägliche Aufgabe. Au. Ah. Was? Zwei Treffer? Durch die Kisten auch durch? Ja, hervorragender Schuss. Mich rettet vielleicht keiner. Also, ich glaube, Eigengeschoss haben sie, geschützt haben sie schon kaputt, ne? Ich glaube, ich habe gleich ein bisschen Bock zu snipen, ehrlich gesagt. Ich bin mir so klein vor. Also, wir gehen mal hinter den Linien. Was aber nicht geht. Das sehe ich gerade auf der Map. Weiter geht. Bin ich mir außerhalb. Au. Ja, Pfupp macht es, ne? Heute macht es nur Pfupp, Tim. Der Fein hat einen Sprengsatz am Ziel Antworten angebracht. Wo ist der Anton? Das waren gerade drei Kills, Alter, ne? Bis ich nicht gezählt habe. Wo ist der Anton? Charlie, Anton. Das ist der weit entfernteste von uns. Hier ist er noch nicht. Oh, ne. Alter, ich habe den liegen sehen, ne? Er ist ja auch mein Kollege. Ja, wir haben es ja geschafft. Wir haben es ja geschafft. Zu schützen. Wie kam der Fallschirm denn da hin, Alter? Heftig. Das ist der Flieger. Du machst ja echt Punkte mit den Dingern, ne? Nur auf die Ballast, auf die Flieger. Also mit dem Flak. Oh. Mission erfüllen. Einfache Arbeit für den Timmy. Aber das ist ja Credits. Die brauche ich ja für die Waffenfreie Schaltung. Ich glaube, die haben wir ja ledig, ne? Oh. Aufgabe abgeschlossen. Ich lasse mir jetzt zwei Schüsse die ganze Zeit rum. Oh, oh, Dreck. Was? Ach, da war auch noch einer. Was kommt hier? Der ist doch vor allem mal von da. Von die ruhige Runde, ja? Nein, da darf keiner herkommen. Das würde mich verbringen. Naja, unten will ich nicht. Oder unten auch nicht. Und Wasser will ich, genau. Das ist das Schönste. Ach, das ist hier die Stille. Ich muss einfach mal testen. Das macht echt Punkte, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, das ist noch nicht. Truppen angreifen können, was für uns von Vorteil ist. Das wird eine schwere Schlacht und wir müssen siegen. Wir müssen siegen. Ja, das war doch schon mal ganz einfach, ne? Weil ich kam mir total ruhig vor. Was mich stört, ist bei großen Operationen am Ende immer die Punktevergabe, die irgendwie nicht funktioniert. Nach einem Versuch fand ich ja Atelier... Blablabla. 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 So. Geblinkel, geblinkel, gewinkel. Weil die meisten unserer Kanonen noch einsatzfähig sind, hatte Jerry Schwierigkeiten, mit seinen gesamten Angriffstruppen zu landen. Dadurch hatten wir Zeit, eine Verteidigung zu errichten. Wir werden die Deutschen Sektor für Sektor bekämpfen und uns nur in höchster Not zurückziehen. Okay. Das wollen wir wieder, das wollen wir wieder nicht. 50 Sekunden. Dadum, 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 dadum. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist normale Wobberung jetzt, ne? Bitte. Dadum, 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 dadum. Boah, du hast lange wie ein Alba, ne? Warum? Ne, Orts 32, dann guck mal. Nicht der Oberen. Ich will mir Heil ein, wir... Und er denn schon... Hoppala. Jetzt kommt das lieber los. Werfen. Meine... Linkste LED-Session. Und er denn kommt. Hallo? Hallo? Ja, spannend hier, ne? Wieso trifft dich keiner? Mich treffen sie! Er liegt hier oft auf der Straße, mich treffen sie! Was trifft mich denn? Die stemmen alle da unten. Schöne Position. Wow. Oh, da kämpft wieder einer, ey. In der Tür, ey. So eine Spinner. Anstatt Ziele einzunehmen, kämpft. Obwohl sie, glaube ich, nur vernichten, ne? Wir müssen einfach nur töten. Ach, warum habe ich mich sterben lassen? Obwohl der... Das wäre nie gut gegangen. Funnett! Fahrrad kaputt. Waren das jetzt Gegner? Ja. Was, Alter? Oh Mann, ey. Das waren meine beiden. Schön auf der Hüfte. Oh, das kotzt mich an, ne? War ja richtig schön beim Gegner gespawnt. Kopftreffer. Ah, der war doch aus Hüfte. Ich bin um die Ecke gegangen. Ich bin um die Ecke gegangen. Du stirbst einfach mal eiskalt mit voller HP. Kein Sanie hier unten, ne? Drei Meter... Okay, mein Spot. Kollege. Der ist wohl tot. Hart wie Kruppstall. Zäh wie Leder. Ich versuch's. Danke, das war knapp. Wer ist der Hüfte für dich? In einer Runde ist er da einfach auf. Ich weiß, dass hier keine Munitionskisse ist. Kann man die hier bauen, irgendwo? Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich das überlebe. Ist denn keiner Medikits mehr hier? Was ist mit euch los? Ja, nee. Das ist auch so Hüfteballer, Mann. Da sind die Kissi-Kororor. Ich schieße auch vor der Latte. Muss ich auch was hin. Meine Sanitäteraufgabe. Oh. Na, er ballert einfach nicht. Sicher ist aber. Ist jetzt keiner mehr, oder was? Bin schon so mutig hier, so weit vor. Ich sperre schon ganz gut. Na, auf damit. Hast du nicht gut. Nehmt das. Erste Hilfe. Boah, das ist unerziehend scheiße schwer. Natürlich. Alles Gute. Kleine Sprengung. Ach. Boah, zwei Headshots, Alter. Und der überlebt. Und macht einfach bumm. Und ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Ich bin jetzt ziemlich sicher. Nein, dann. Ich bin mal lieb von ihm. Bin so mutig. Töte sie alle und rette mich. Oh, ich bin nice. Wo ist gut sie liegen? Keine Ahnung. Ich bin mal die Munitionstaschen von ihm rum. Wir wollen es einnehmen, aber sie kriegen es, denke ich. Oh. Mal noch eine Aufgabe zu erfüllen. Au, au, au. Die sind immer da drin am rumcampen. Anstatt die versuchen wir hier zu erobern. Der muss mich denn die aufheben, ey. Mal noch mal eine Mission erfüllen. Okay. Wie viele denn noch? Ah, erledigt. Das ist für die Sunny-Aufgabe. 50, Alter. Aber nicht in einer Rune, Gott sei Dank. Warte, hier sind ja über Leichen. Wir beide. Oh, jetzt kommen sie. Warte, warte. Das ist so ein Glück. Das ist erdendicke. Ich will auch hochklettern. Oh, oh, oh. Der war sauer. Mach mal richtig Kills hier heute, wa? Geht mal ab. 13 Stück schon. Ah, von der Seite. Fuck you, Alter. Muss ja echt auf die scheiß Fenster aufpassen. Boah, Alter, der macht alle platt. Alle, habt ihr gesehen? Einfach so, wie Rambo. Wir verlieren Ziel, Anton. Nein. Ich bin nicht. Könnte ich gewinnen. Ganz blöder Spawn. Oh, nein. Das ist ja auch kein. Oh, nein. Hä? Verpasst du, bist du reanimiert? Oh, fuck, Alter. Meine Fenster noch rumpimmeln da. Soll'n das, ey? Nein, Anton. Komm, du bist doch nicht mehr im Kampf, Alter. Was ist das denn für ein Kack? Kann der im Kampf sein? Na, komm, hier. Das ist spannender da. Ihr musstet bauen eigentlich ohne Ende, ja? Ja. Was, was soll das denn? Ja. Zu! Ihr müsst diesen Sechner verteidigen. Bam, 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 bam. Ja, der Musik ist jetzt einfach. Wo ist es besser, wenn wir das so verteidigen? Hier war eine Moon-Kiste irgendwo. Da. Erstmal direkt verbringen. Komm, wahrscheinlich gar nicht bis hier. Was machen wir? Wollen wir, glaube ich, schon auf hier, oder? Scheiße. Take this. Take this. Wow. Hier, haupt das erst, hier. Er ist so sicher, hier. Ah. Nein. Nein. Lanschen. Was soll ich überhaupt hier reingelaufen? Oh, Icon, voll. Dank dem Himmel. Mal überlebt. Die Gegner sind nicht so gut. Hammer weg. Toll, war getroffen. Eine Grenade. Wow. Da hat sie gelohnt. Da waren gerade zwei. Ah, okay. Ah, Tif. Scheiße. Wer will die Kids? Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Der Panzer, Alter. Keiner retten, komm, der Panzer töte durch. Nein, sie nimmt es ein. Enemy Tank. Ja, aber wenn der Enemy Tank da steht, da kann ich doch nichts machen. Was soll ich denn? Da muss einer befeuern. Da kann ich so weit werfen, die Killer-Maschine. Boah, hab ich schlecht geschossen. Hab ich schlecht geschossen. Links daneben. Ich dachte, ich wäre vorbeigelaufen, ja. Aber das war mega heftig schlecht. 45, 14. Sehr realistische Zahlen wieder. Nein, hier will ich nicht. Wollte es jetzt gleich hier rund gehen, ne? B haben wir verloren. Da darf ich nur uns nicht fahren. Was ist denn hier oben jetzt? Wir haben den Pfeil mit auf 50% seiner Truppen dezimiert. Wo kam das jetzt? Ja, das sind die Töten. Da liegt einer. Was, Alter? Wieso schießt ihr nicht, ob der Dreck da liegt? Und ich bin doch... Ah, wir haben B wieder gewonnen. Gut. Man, es wird enger vor uns hier. Sanitäter-Aufgaben. Was, was, was? Was? Was ist ein Gegner hier? Danger. Boah, Alter, guck mal. Brrr, tot. Einfach keine Chance. Boah, liegen alle tot da rum. Super. Schaffen die aber. Wollt ihr im Panzer? Das wäre cool. Im Panzer bin ich außerhalb. Ich bin mir fast wohlfühlen. Wenn man auch in der richtigen Richtung gucken will. Pinke nicht auf dem Elektrozaun. Genau, das Berta mit mir an. Radpanzer ist natürlich immer so eine... Schlappe-Geschichte. Wo denn? Gar nichts. 31 HP, toll. Check aus. Fein Gott, nee, ey. Als ob ich der einzige Spieler wäre, wo man jetzt auf ballern muss, ne? Nee, will ich nicht. Ah, der ist fast im Arsch. Das bin ich doch hier gesporned. Nein. Komm, wer hat zu dir? Das ist hier passiert. Jetzt. Oh, der ist doch. Hä? Sehr nix. Sehr nix. Okay. Selbstmord. Ja, klar. Ich war im Turm drin, je? Ich war im Turm drin. Da hat er mich noch getötet mit der Pistole. Sehr witzig. Nehmt etwas Hilfe hier. Danke. Wurde aber überfahren, der andere. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Arme schützen. Machen wir ganz eifrig. Take this. Ach, super. Ach, einen Lackshot. Zwei, ne? Da ist jetzt zwei. Alle sind bei mir jetzt. Schöne Hüftschüsse. Das geht ganz gut mit der MP4. Sie aus gewissen Distanzen. Na, der ist jetzt gleich tot, ne? Damit das ja... Boah, Alter, den bombardieren den armen Bahnhof. Haben's gleich. Ihr habt's gleich. Was ist das denn hier? Wir haben 50% ihrer Soldaten aufgerieben. Na, das ist schon mal schützt ab. Wir haben versagt. Der deutsche Angriff war so brutal, dass wir in den Untergrund gehen mussten und Rotterdam jetzt eine belagerte Stadt ist. Aber wir können hier ewig durchhalten. Und derzeit laufen Verhandlungen über unsere Kapitulation. Unsere Opfer sollen nicht umsonst gewesen sein. Oh Gott, jetzt geht's ab, ey. La, 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 la. Die Deutschen haben die Verhandlungen dazu benutzt, Rotterdam überraschend zu bombardieren. Die Stadtmitte brennt. Genau wie unsere Entschlossenheit ist, diese Einbringlinge endgültig zu vertreiben. Wir werden den Kopf zu ihnen sagen und wir vertreiben, bis Rotterdam wieder frei ist. So. Ach, das dauert immer so lange hier, ne? Hallo. Go, go, go! Could you use some first aid? Hey, I need a ride. Lange nicht gesehen. So. Ja, wenn Battlefield läuft, dann läuft's, muss ich sagen. Mein Ründchen. Aber wir müssen mal gucken, ja. Ich hab jetzt hier 11.000 Punkte und am Ende der Runde krieg ich irgendwie nur 200 oder so. Keine Ahnung. Irgendwie rechnet das komisch. Da haben wir ja auch ordentlich Kills gemacht, ne? Zeig mal, was haben wir denn da noch? LMG, Sturmgewitz, die in Übung. Eliminieren kommt abends her. Das sieht jetzt keiner. Verschiebt die Front bis zum feindlichen Hauptquartier. Jetzt müssen wir zurückerobern. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Server auf. Oh, ich glaub, die liegt bei meinem Kumpel ist. Bisschen nichts, Alter. Halt dich dann auch. Wer ist einer? Erste Hilfe! Greif zu! Er hat beschossen! Er bitte Unterstützung! Erste Hilfe! Ich bin getroffen! Hier ist der erste, Dietz. Jui, jui. Er ist kein Sau. Hammer, ey. Ich mach das hier, den Granaten-Spam. Oh! Wir gehen doch nicht so schnell auf. Okay, wir haben A tapfer verteidigt. Ah, jetzt müssen wir vordrehen. Dann bringt auch keine Granaten-Werfe. Das bringt nichts. Alle wissen exakt, wo er ist. Das arme Schwein. Gut, dass ich mich vertan habe. Wir haben ein Befehl, alle Ziele zu zerstören. Tick das. Ja, los, lauf weg. Super weg. Ah. Da müssen alle sterben. Sprengsatz an Zielwerter platziert. You're hole again. You're hole again. Boah, geil, die Nebeln hier. Das darfst du rüber marschieren. Oh, boah, die Nebeln war weg. Okay, was ist denn? Ich bin nicht hier gelandet. Ah, die Eck ist es. Sprengsatz an Zielwerter platziert. In einer Runde, 20. Das fängt immer von vorne an. Wir haben einen Sprengsatz an Zielwerter platziert. Ich bin nicht weg. Ziel Cäsar ist jetzt hier. Mehr. Ich habe nichts werfen. Ach, habe ich schon. Nur nicht gesehen. Hier, hopp ist first, Ian. Timi hat's gemacht. Wir sind da jetzt gestorben in der Ecke. Ah, heiß. Timi hat's ja still. Ich bin nicht weg. Ballert mal da. Ich bin nicht weg. Kami, Katze Tim. Heile euch! Hör mal! Hör mal Granat! Kann ich. So viele Sannis hier. Ah! Was denn, Alter? Beim Tod wieder, ey. Sanni, 14 Meter, Alter. Keiner kommt näher, ne? Ich will kämpfen. Ich will doch nicht sterben, ich bin zu jung dafür. Ich bin zu jung. Tod. Alter. Ey, wir haben es geschafft, Alter. Ein außergewöhnlicher Sieg. Die Deutschen haben alles gegen uns eingesetzt. Ein Ziel hab ich zerstört. Leider haben die Holländer aufgrund der Drohung mit weiteren Bombardierungen kapituliert. Ihre Regierung und die königliche Familie werden nach England evakuiert. Eines Tages werden sie zurückgehen. Auf nach England mit euch! Und jetzt guck mal meine Punkte. Die sind total seltsam. Ne? Das ist ganz anders. Und dann passt es, glaube ich, sogar. Quatsch. Da, hä? Verstehe ich nicht, ne? Drei von eins. Das gilt nur die Runde, oder was? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Endlich mal wieder eine große Operation.